Mit einem frohen Gruß zum dritten Adventssonntag, dem Sonder Gaudete, freut euch, heiße ich Sie willkommen zum Tagessegen. Wir hören die frohe Botschaft aus dem neutestamentlichen Jakobusbrief. Darum, Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, auch der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde, er wartet geduldig auf sie, bis Frühregen oder Spätregen fällt. Mit dem Aushalten ist das manchmal so eine Sache. Vielleicht sind wir auch noch so in unserem Inneren ein Stück Kind, das nicht abwarten kann, wann es Weihnachten ist, wartet geduldig eben auf die Ankunft des Herrn. Und dann kommen die Bauern, die Landwirte ins Spiel. Und ich sage gerne, dass ich doch einige Bauern und Landwirte kenne. Und ich bin froh, dass ich diese Menschen kenne und sie manchmal auch erleben darf in Gesprächen miteinander, ja, in einem Plausch eben über ihre Arbeit oder auch über die Natur, über die Aussaat und auch über viele Dinge, die sie eben auch in ihrem Leben ja nahe kommen. Ich erlebe diese Menschen als bodenständig, aber auch als sehr gelassen. Dass sie wissen, was sie als Bauer, als Landwirt tun müssen, was sie selbst dazu tun müssen, aber auch im Wissen auf das, was die Natur gibt, was Gott sozusagen auch dazu gibt. Und das macht für mich einen guten Eindruck, dass diese Landwirte, diese Bauern eben genau auch abschätzen können, was ihr eigenes Können ist, aber auch, was sie dazu erwarten dürfen aus der Natur von Gott. Einen gesegneten dritten Advent wünsche ich Ihnen und segne Sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.